Season 4 ist da, mit einem verdammt fetten Update, 20 GB, das ist natürlich eine Hausnummer, es wurde aber auch einiges geändert, das gucken wir uns heute alles an. Bevor wir reinspringen, lasst auf jeden Fall ein Abo da hier auf dem Kanal, um keine Videos zu verpassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Okay, schauen wir uns an, was so gemacht wurde. Gameplay-technisch wurde auf jeden Fall doch einiges gemacht. Erstmal ist es so, dass die Gasmasken-Animation jetzt den Fallschirm nicht mehr unterbricht, wenn man irgendwo runterfällt. Da gab es anscheinend noch so ein paar kleine Probleme. Dann gibt es jetzt tatsächlich im Menü eine Option, die man anstellen kann, dass man beim Kaufen bei einer Kaufstation nicht mehr rausgeht automatisch von der Kaufstation, wenn man was gekauft hat. Würde ich tatsächlich nicht empfehlen, aber das ist jetzt eine Option. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sinniger, wenn man für jeden Kauf, den man durchführt, nochmal rangeht an die Kaufstation, weil dadurch hat man die Möglichkeit, halt so einen ganz schnellen Rebuy zu machen, zum Beispiel von einem Kollegen, wo man hingeht zur Kaufstation, hinklickt, noch einen Klick macht zum Kaufen und dann direkt weiterzieht. Aber die Option gibt es jetzt auf jeden Fall. Dann ist es so, dass die tragbaren Kaufstationen im Gas jetzt ein bisschen länger aushalten. Aktuell sind die wirklich sofort kaputt. Das wird jetzt nicht mehr der Fall sein und dadurch hat man zum Beispiel die Option, auch bei einer mobilen Kaufstation noch eine Gasmaske zu kaufen, wenn die Zone schon zugeht. Und das finde ich doch ein ganz nettes Element, muss ich sagen. Dann wurde tatsächlich dieser Out-of-the-Map-Timer angepasst von 5 Sekunden auf 10 Sekunden, was ganz nett ist, wenn man bedenkt, dass manchmal die Loadout-Drops wirklich direkt auf diese Linie fallen. Jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, wenn man ein bisschen komisch irgendwie reinfliegt und aus Versehen über die Linie kommt. Dann gibt es jetzt im Gulag tatsächlich keine Schritt-Sounds mehr für alle Leute, die zuschauen. Wirklich gute Änderungen. Und wenn man wiederkommt aus dem Gulag oder wieder gekauft wird, dann ist es jetzt nicht mehr so, dass man irgendwo spawnt, während das eigene Team ganz woanders ist. Man spawnt jetzt beim eigenen Team oder bei einem Loadout-Drop. Auch eine wichtige Änderung. Dann gibt es weitere Perks, also weitere Extras als Bodenloot. Neu dazu gekommen sind Geist, Kampfsperr, Kaltblütig, Eifrig und Alltempo. Also richtig krass. Immer mehr Extras kann man jetzt auch einfach finden und ja, man kann sich ganz gut ausstatten, würde ich sagen, wenn man einfach die ganze Zeit weiter lootet. Drei Extras wurden dann tatsächlich verbessert. Kampfgestell reduziert den Effekt von Stunts und Flashes jetzt um 70%, davor um 40%. Bei Plünderer ist es jetzt so, dass man bei dem Aufsammeln von diesen Plünderer-Paketen noch 500 Dollar dazu bekommt, neben der Munition und neben der Platte. Eine geile Änderung, muss man einfach mal sagen. Und bei Hardliner ist es jetzt so, dass man 25% auf alle Items bekommt in der Kaufstation. Waffentechnisch wurde auch was gemacht und da wurde wieder gefühlt an allen Waffen so ein bisschen rumgedoktert. Die drei wichtigen Waffen, die aktuell Meter sind, die NZ, die STG44 und die H4 wurden aber auch verschlechtert. Bei der NZ ist es so, dass man mit dem Burstaufsatz jetzt mehr Rückstoß hat und langsamer burstet. Dafür gibt es aber jetzt die Auto-Fire-Burst-Funktion. Das heißt, man kann die Schusstaste einfach einmal drücken und die Waffe burstet dann automatisch. Beim Opi-Verlauf für diese Waffe ist es dann so, dass Kugeln jetzt 40% schneller fliegen und ansonsten ist es so, dass alle anderen Aufsätze für die NZ mehr Rückstoß haben. Also der Rückstoß wurde auf jeden Fall ein bisschen angehoben. Bei der STG44 ist es so, dass man jetzt auf Entfernung ein bisschen weniger Schaden macht. Der Schaden wurde von 29 auf 28 reduziert und man macht weniger Schaden bei Kopf- und Nackentreffern. Also das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Ultra-Laser, den wir bis jetzt immer hatten, was auch noch herbeigeführt wird von der Änderung am 50-Schuss-Magazin. Da hat man nämlich jetzt ein bisschen mehr Rückstoß. Außerdem hat man langsamere Kugeln mit dem VDD 760mm-Lauf für die STG44 und man läuft jetzt langsamer, auch wenn es nur minimal langsamer ist, mit dem 60-Schuss-Trommel-Magazin. Bei der H4 Blixen ist es so, dass man im mittleren Bereich weniger Schaden macht. Der Schaden wurde reduziert von 35 auf 34 und gleichzeitig ist es so, dass man mit der H4 Blixen jetzt ein bisschen langsamer läuft. Und ein bisschen langsamer anvisiert. Dann ist es so, dass ganz schön viele Läufe angepasst worden sind. Beim Jensen, beim Carlsen und beim Magnus-Lauf ist es so, dass die Kugeln jetzt langsamer fliegen. Und beim Carlsen-Lauf hat man zusätzlich noch minimal mehr Rückstoß. Beim Bärstürm-Lauf ist es so, dass man etwas mehr Rückstoß hat. Und beim Gorenko 54-Schuss-Lauf ist es so, dass man weniger Schaden bei Kopftreffern macht. Und dieser Schadensbonus, der wurde von 25% auf 18% reduziert. Schauen wir mal, ob die Änderungen reichen, um die Meta so ein bisschen zu verändern mit Season 4. Ich glaube, es wird Zeit, auf jeden Fall auch mal wieder mit anderen Waffen zu spielen. Ich bin gespannt. Und eine Waffe, die wir auf jeden Fall auch noch erwähnen sollten, ist die Armbrust aus MW. Da fliegen jetzt die Pfeile tatsächlich 27% schneller. Was schon was ausmachen sollte. Die ganzen Caldera-Änderungen sind dann natürlich auch online. Es gibt weniger Wasserstellen, weniger Flüsse und 50% weniger Pflanzen, Büsche und Bäume. Das macht optisch auf jeden Fall einen Unterschied und wird auch spielerisch einen Unterschied machen. Ob es gut ist oder schlecht ist, werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Der erste Eindruck ist aber eher positiv, würde ich behaupten. Also, dass da ein bisschen was gemacht wird an der Sichtbarkeit, ist glaube ich grundsätzlich eine gute Idee. Eine weitere krasse Änderung ist dann, dass Storage Town aus Verdansk zu Caldera gekommen ist. Und das ist schon eine coole Änderung. Ich hoffe, da wird vielleicht auch noch ein bisschen mehr gemacht in der Zukunft. Und Storage Town ist auf jeden Fall ein kleines bisschen verändert worden. Ich glaube, den größten Gameplay-Unterschied wird allerdings die Umgebung machen. Es ist jetzt durchaus hügeliger und es gibt ein paar Berge, wo man wesentlich besser auf Storage Town gucken kann, als noch bei Verdansk. Ich bin gespannt, wie das das Gameplay beeinflusst. Ich hoffe, der Ort macht nach wie vor Spaß und ich hoffe, das wird ein guter Waffenlevel-Ort in Beutegeld. Weil da fehlt aktuell schon so ein bisschen was, finde ich. Es gibt aber noch weitere neue Orte auf Caldera. Einen davon seht ihr gerade im Hintergrund. Da gibt es so ein paar Hallen, ein paar Fahrzeuge und so ein paar Zelte, die da irgendwie rumstehen unterhalb von Peak. Im Hintergrund sieht man Peak und die Seilbahn. Und wenn man da den Berg weiter runter geht, gibt es jetzt eben diesen neuen Ort. Da ist aktuell einfach gar nichts. Eine verdammt geniale Änderung gibt es dann bei Capital, bei der Hauptstadt. Und da wurden fast alle Dächer so ein bisschen angepasst. Da gibt es ein paar neue Deckungen, so ein paar kleine Zelte und vor allem diese ganzen Brücken, die von Hausdach zu Hausdach gehen. Das wird dafür sorgen, dass man da auf jeden Fall schlechter campen kann, was aktuell ein Problem ist. Und ich glaube, das wird allgemein Capital ein bisschen spaßiger und spielbarer machen. Ich habe ja das Gefühl, dass da aktuell gar nicht so viel gekämpft wird. Ich bin da relativ selten. In Streams und Gameplays, die ich anschaue, wird hier wirklich wenig gekämpft. Und das könnte die Situation vielleicht so ein bisschen verändern. Bei der Ausgrabungsstätte sind die ganzen Knochen vom Godzilla vs. Kong Event verschwunden. Die wurden praktisch komplett freigelegt und wurden entfernt. Bei Arsenal gibt es eine ganz coole Änderung in diesem riesen Loch. Da ist ja aktuell einfach gar nichts drin. Oder da war bis jetzt nichts drin. Jetzt gibt es hier ein Schiff, was diese Stelle auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen angenehmer machen wird. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, um ein bisschen besser rüber zu kommen. Man kann über diese kleinen Stege, kann sich dann erstmal auf dem Schiff verstecken und kann dann weiter rüber. Und man steht nicht plötzlich unten irgendwie im Loch und kann von allen Seiten irgendwie angeschossen werden. Auf Peak gibt es auch eine Veränderung. Und zwar wurden so ein paar kleine Deckungen um dieses Loch gebaut. Ich glaube nicht, dass das jetzt groß was beeinflussen wird. Aber verkehrt ist es wahrscheinlich auch nicht, da so ein bisschen was hinzubauen. Und unterhalb von Peak, und das ist wieder eine relativ große Änderung, gibt es jetzt hier einfach nochmal einen neuen Ort, der da auch eine Stelle, die relativ frei ist, so ein bisschen voller macht. Der Ort unterhalb von der Seilbahn und unterhalb von Peak wurde auch ein bisschen verändert. Die Gebäude auf der rechten Seite, die gibt es zum großen Teil schon. Da gibt es jetzt aber eben ein großes Gebäude, was hinzugefügt worden ist. Und diese Hallen auf der rechten Seite, die man da sehen kann. Und hier auf der linken Seite gibt es komplett neue Hallen. Und die sind über diesem Tunnel, den es da natürlich gibt. Man sieht hier auch die Straße, die eben unten vorbeigeht. Auf Caldera, innerhalb von diesen Luten, gibt es jetzt außerdem Söldner-Tresore mit guten Loots. Und um da reinzukommen, muss man da vorne eine goldene Key-Karte finden. Die gibt es einfach als Loot auf der Karte. Und sobald man die gefunden hat, ist das praktisch der Schlüssel, um an den ganzen guten Loot zu kommen. Dann gibt es natürlich noch die komplett neue Karte, Fortune's Key. Die wird jetzt für eine Woche Rebirth Island ersetzen. Dann wechseln sich die beiden Karten ständig ab. Also wir werden beide Karten spielen können, aber eben nicht zur gleichen Zeit. Und optisch ist die Karte nach wie vor wunderschön. Hoffentlich dann auch spieltechnisch. Wissen wir halt jetzt gerade noch nicht. Und auf dieser Karte gibt es zwei neue In-Game-Funktionen. Einmal einen neuen Auftrag, den Schwarzmarkt-Run. Der funktioniert wie der Hamstern-Auftrag. Also man nimmt den Auftrag an. Muss dann ganz schnell zu einem Shop. Neu hier ist es jetzt, dass es dann auch Items zu kaufen gibt, die es normalerweise nicht zu kaufen gibt. Zum Beispiel eine Nebula 5 Minigun, die sich nach wie vor ziemlich stark anhört. Den Spezialisten-Bonus gibt es zum Beispiel zu kaufen. Und Foresight, ein Item, was dafür sorgt, dass man den letzten Kreis schon sehen kann. Also alle Kreise werden auf der Karte angezeigt. Und man weiß im Prinzip ganz genau, wie man am besten läuft und wo man am Ende stehen muss. Wird aber wahrscheinlich schon relativ teuer. Und dann gibt es ein kleines In-Game-Event, was sich auch ziemlich spannend anhört. Cash Extractions. Und das sind Orte, die von Bots beschützt werden. Die da gerade versuchen, Geld rauszubringen. Und die kann man töten und dann den Loot mitnehmen. Also so ein kleines Minigame innerhalb vom großen Game. Auf Caldera gibt es neue Fahrzeuge, gepanzerte SUVs. Das sind Autos mit einer Minigun und Platz hinten, dass man sich hinstellen kann und runterschießen kann, wie beim Laster. Das finde ich gut. Das mit der Plattform und der Möglichkeit, da zu stehen. Die Minigun, finde ich, braucht man nicht unbedingt. Dann gibt es EMP-Granaten, ganz neu. Die sorgen dafür, dass die Gegner ganz kurz kein HUD mehr haben. Also keine Anzeigen mehr, keine Minimap mehr. Und Fahrzeuge bleiben für den Moment stehen. Also damit kann man Fahrzeuge zum Halten bringen. Und dann kann das ganze Team da draufballern und das Ding zum Beispiel zum Explodieren bringen. Im Battle Pass verfügbar sind dann zwei Waffen. Auf kostenlosen Stufen natürlich. Einmal die Marko 5 und einmal die UGM 8. Die Marko 5 ist eine MP, die gut für Nahkämpfe ist und gut aus der Hüfte ist. Da gibt es auch einen speziellen Aufsatz, der das Hüftfeuer nochmal verbessert. Ich bin nach wie vor gespannt, ob wir vielleicht die MP5 Hüftfeuermeter nochmal bekommen, nur mit der Waffe. Die Waffe kann aber auch Rakimbo gespielt werden, was natürlich schon sehr besonders ist. Und das könnte in Warzone auf jeden Fall auch sehr viel Spaß machen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und die UGM 8 ist eine LMG mit einer relativ hohen Feuerrate. Und jetzt innerhalb von Vanguard hat man damit leider eine sehr schlechte Sicht. Da gibt es eine ganz schön krasse Rauchentwicklung. Also da muss man auf jeden Fall irgendeinen Aufsatz mitnehmen, der das so ein bisschen bremst. Und eine dritte Waffe wird es auch geben. Die Vargo S. Allerdings irgendwann während der Season mit dem Mid-Season-Update dann. Und die bekommt man dann durch eine Challenge oder halt im Shop durch ein Bande. Und die Karte, die ihr da im Hintergrund die ganze Zeit gesehen habt bei den Waffen, ist USS Texas. Das ist die neue Karte für Vanguard. Eine Karte, die wir schon mal hatten in WW2. War da nicht die beste Map, die wir hatten. Aber auf jeden Fall ist es auch keine absolut schlechte Map. Und so ein bisschen was wurde geändert. Und es gibt jetzt auch Türen, die man auf und zu machen kann. Ob man das gebraucht hat? Was sagt ihr zu den ganzen Änderungen? Schreibt einen Kommentar. Lasst eine Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Und lasst gerne ein Abo da für weitere COD-Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.